Diese Grässe-Samen sind etwas Wunderbares. Sie wachsen im Garten, im Blumentopf, auf der Fensterbank, im Sommer genauso wie im Winter. Diese Pflänzchen, die daraus wachsen, enthalten viele Vitamine, Eisen und Ballaststoffe. Sie sind ab jetzt aber auch Hoffnungsträger. Kommen Sie am 15. August in den Salzburger Mirabellgarten, sehen Sie Grässe und setzen Sie damit ein Zeichen. Unterstützen wir die Caritas Salzburg und lassen wir die Hoffnung auf eine Welt ohne Hunger wachsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017